Challengers ist aktuell in den deutschen Kinos zu sehen, ein Sport-Tennis-Dreiecks-Beziehungsdrama mit Zendaya, dessen Trailer ich glaube ich 50.000 Mal gesehen habe, weil der immer wieder im Kino vor anderen Filmen lief und auf den ich deswegen gar nicht so Bock hatte. Nicht nur, weil der Trailer den Film so ein bisschen dargestellt hat wie so ein TikTok-Intrigen-Sportsfilm irgendwie, sondern weil ich halt einfach gefühlt diesen Film schon durch den Trailer gesehen habe. Jetzt ist der Film aber gemacht von Regisseur Luca Guadagnino, Regisseur zum Beispiel vom Suspiria-Remake, von A Bigger Splash, von Bones and All und von einem meiner absoluten Lieblingsfilme, Call Me By Your Name. Und als dann noch die ganzen Reviews zu Challengers rauskamen, die den Film absolut abgefeiert haben, war für mich klar, ich muss ihn auch sehen. Challengers handelt von der jungen Tashi, gespielt von Zendaya, einer aufsteigenden Tennisspielerin, die schon früh vorm College Verträge mit Adidas etc., weil sie einfach eine der besten und vielversprechendsten Tennis-Profis aller Zeiten ist. Sie spielt ein Turnier, auf dem auch die zwei Jungs Art und Patrick vor Ort sind, die beide eigentlich zusammen spielen und die eine langjährige Freundschaft verbindet, die aber beide, wenn sie Tashi sehen, instant sich in sie verlieben und sie ganz, ganz toll finden. Und sozusagen auch eine kleine Challenge daraus machen, wer Tashi denn von den beiden bekommen könnte. Der Film spielt sich auf mehreren Zeitebenen ab, das heißt, wir befinden uns nicht nur in dieser Realität, wo die beiden Tashi kennenlernen, sondern auch weit voraus, weit in der Zukunft. Und diese gesamte Dreiecksbeziehung, die sich daraus ergibt, hat weitreichende Konsequenzen für Tashi und die Jungs. Klingt auch mit der Inhaltsangabe immer noch nach einem relativ seichten Sportdrama. Jetzt hat Challengers aber weniger von, ich sag mal, irgendwie so einem, keine Ahnung, Wimbledon-mäßigen Love-Story-Ding und mehr so den Vibe eines Whiplash oder so. Nicht ganz so krass, aber durchaus in die Richtung. Hier geht es schon sehr stark um sehr perfektionistische Figuren, die unbedingt zu den Besten der Besten gehören wollen und dafür halt ihre Craft anwenden, in diesem Fall Tennis, bei Whiplash ist es das Schlagzeug, um besser und besser zu werden, aber gleichzeitig halt auch ihre Persönlichkeit auszudrücken, ja. Dieser Film hat diese Dreiecksbeziehungsintrigen, Drama, Romantik, Ebenen, aber er ist bei weitem deutlich substanzvoller und dreidimensionaler, als die Trailer es wirken lassen. Dass dieser Film mehr will und größere Ambitionen hat, merkt man allein schon an seiner non-linearen Erzählstruktur, die, glaube ich, viele Leute auch auf jeden Fall von diesem Film abschrecken wird, ja. Dieser Film startet bei einem Tennis-Match, das nicht nur das große Finale des Films darstellt, sondern bei dem es auch um unheimlich viel geht, weniger um den Gewinn tatsächlich des Matches, sondern es geht persönlich für die Figuren um sehr, sehr, sehr viel dabei, um sehr viel, was in der Vergangenheit passiert ist und um sehr viel, was sie sich auf diesem Tennis-Court, im wahrsten Sinne des Wortes, um die Ohren schlagen. Und von diesem Tennis-Match aus springt der Film immer wieder in die Vergangenheit, zum Beispiel, wo die drei sich kennenlernen, dann mal wieder zwei Wochen zurück, kurz vor dem großen Tennis-Match, dann wieder zwölf Jahre zurück und daraus ergibt sich eigentlich schon so ein Abfeuern von verschiedenen Zeitsträngen. Das hat mich fast an sowas wie Pulp Fiction erinnert und so, ja, ein Film, der wirklich sich überhaupt nicht linear von A nach Z erzählt, sondern sich komplett zerkattet und immer wieder zwischen den Zeitebenen springt. Klingt anstrengend, ist es auch tatsächlich, allerdings schafft es Challengers erstaunlich gut, trotzdem a, die Spannung hochzuhalten und b, dich als Zuschauer nicht zu verlieren, wenn du halt aufpasst die ganze Zeit, ja. Da wird schon immer wieder sehr deutlich gemacht, wann und wo wir uns befinden. Was unheimlich gut funktioniert, ist das Make-up und der Look. Die Schauspieler bleiben zwar immer die gleichen, obwohl der Film über Jahrzehnte springt, aber tatsächlich ist immer distinkt zu erkennen, an welchem Punkt in der Zeit wir uns befinden, allein wie die Figuren aussehen. Und so erschafft Challengers eine sehr, sehr spannende Dramaturgie, indem wir immer wieder zu diesem finalen Tennis-Match zurückkehren in dem Film und immer, wenn wir zurückkehren, mehr von den Figuren wissen. Mehr wissen, was im Hintergrund passiert ist. Mehr wissen, was hier gerade auf dem Spiel steht tatsächlich. Das ist super spannend, das hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Kommt auch dazu, dass der Film überragend inszeniert ist, ja. Ja, also auch das kam im Trailer überhaupt nicht rüber. Luca Guagnagnino ist ein grandioser Regisseur, der es einfach toll schafft, Orte, Örtlichkeiten und Figuren zum Leben zu erwecken, ja. Da wirkt der Tennis-Court nicht wie ein Set, das wirkt so, als wärst du wirklich vor Ort. Da wird sich mal Zeit und Raum gelassen, einfach die Atmosphäre für bestimmte Orte und so weiter einzufangen, ja. Das ist richtig, richtig schön. Ich hab mich bei Challengers immer wie vor Ort gefühlt. Ob du auf dem Tennisplatz stehst oder mitten in einem Sturm, es fühlt sich einfach immer sehr physisch und sehr echt an. Genauso zwischen den Figuren. Ich mein, Call Me By Your Name, so ein Film hat gezeigt, dass, ja, das Physikalische irgendwie, das Zwischenmenschliche, das Sensorische liegt dem Luca auch. Und das ist auch bei Challengers sehr stark. Es ist nicht so stark wie bei einem Call Me By Your Name, aber das ist auch okay, weil dieser Film ist einfach überragend in ziemlich allen Belangen. Aber man spürt auf jeden Fall das gegenseitige Verlangen der Figuren und den Verdruss und die Leidenschaft, die da drin steckt. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Sehr aufgeladen. Das wirkt super. Der Film hat ein paar überragende Kameraeinstellungen. Da gibt's Szenen und Bilder drin, die man sich instant an die Wand hängen kann. Der Klassiker. Sieht einfach alles super geil aus. Und der Film traut sich da auch einiges. Der probiert verschiedene Kameraangles aus. Gerade beim Tennis-Match immer mal wieder. Da wird die Kamera auch mal in ein Tennisball geklebt und so weiter. Also gefühlt, ja, vom Look her. Das ergibt einfach ein sehr abwechslungsreiches und sehr, sehr, sehr packendes visuelles Erlebnis. Und auch im Bereich Audio ist das Ganze sehr packend. Der Film hat einen Soundtrack von Trent Reznor und Atticus Ross, der im Prinzip ziemlich hausig daherkommt. Das ist schon ein ziemlicher Techno-Beat, der hier teilweise im wahrsten Sinne des Wortes pulsiert unter diesem Film. Der wird manchmal in Szenen angewendet, wo sich Figuren zum Beispiel einfach nur in der Sauna unterhalten, ja, oder sich gegenüberstehen im Dunkeln. Und auf einmal hörst du Und der Soundtrack, ähm, naja, drückt im Prinzip tatsächlich in diesen Situationen immer wieder auch so ein bisschen das Unterschwellige aus, was brodelt in diesen Konversationen, ja. Allein das gibt bei Challengers so ein Gesamtbild von einem Film, der dich einfach reinzieht und mitreißt. Der hat mich gepackt, ja, der hat mich mitgerissen. Die Figuren sind alle sehr unsympathisch, damit muss man umgehen. Ich war nicht wirklich emotional attached bei den Figuren, einfach weil sie teilweise so unsympathisch vorgehen. Aber trotzdem hat mich diese Reise der Figuren und diese Dreiecksbeziehung letztendlich durchaus an einem gewissen Punkt richtig mitgerissen. Da war ich richtig, richtig mittendrin und die Inszenierung hat einfach, einfach Spaß gemacht. Das ganze Ding hat einen unheimlich stylischen Vibe. Jetzt hätte ich es fast ein bisschen passender gefunden, wenn der Film nicht so ultra clean, digital aussehen würde. Klar, es hat einen extrem geilen Look insgesamt, aber gerade auch mit so ein paar musikalischen anderen Entscheidungen und so und einigen Szenen, hätte ich es fast mir gewünscht, dass der Film so einen etwas grainigeren, körnigeren, ähm, Alt- oder Retro-Film-Look hat. So ähnlich wie Call Me By Your Name oder Bones and All. Ich finde, das hätte besser zu Challengers gepasst. Das kollidiert hier und da. Auch finde ich mit 138 Minuten teilweise ein bisschen zu lang. Da hätte man, denke ich, hier und da ein bisschen kürzen können. Und das ist ein Film, den ich mir definitiv nicht direkt nochmal anschauen werde und kann, weil er einfach durch seine non-lineare Erzählweise, aber auch durch seinen doch sehr packenden und wummernden Stil, so nenne ich es jetzt einfach mal, doch ziemlich anstrengend ist. Das wird einige Leute auf jeden Fall von dem Film abschrecken. Ich gebe Challengers am Ende 8 von 10 Punkten. Ähm, wer hier, wie gesagt, ein seichtes Romantik-Erotik-Drama erwartet, so wie es irgendwie die Trailer dargestellt haben, wird wahrscheinlich enttäuscht. Allein durch seine Erzählweise, die sehr viel zwischen verschiedenen Zeitebenen springt, kommt Challengers deutlich ambitionierter daher, als man es meinen könnte. Auch im Bereich Inszenierung ist das Ganze dynamisch, also inszeniert. Ähm, der Soundtrack wummert, ist geil, macht richtig Spaß. Die Inszenierung, die Kameraarbeit ist unheimlich packend, sehr, ja, und probiert sich auch einfach aus. Da sind einfach viele Dinge und viele Aspekte drin, wo man denkt, ah, okay, da haben die Macher hier wirklich mal probiert, ein Tennis-Match zum Beispiel auf eine neue Art darzustellen, ja. Jedes Tennis-Match in diesem Film wird auch auf eine andere Art inszeniert. Da ist einfach super viel Purpose dahinter. Der Schnitt ist super stark. Also ich bin mir sicher, Challengers wird bei den Oscars auch eine Rolle spielen, auch in den Bereichen, weil der hier super viel verbindet. Und heraus kommt ein Film, der von Perfektionisten handelt, die unbedingt ihr Ziel erreichen wollen, welches das auch immer ist, ja. Und das wird ausgedrückt durch Tennis. Da wird geschwitzt, da wird geleidet und wie auch immer. Das hat mich so ein bisschen an Whiplash erinnert. Einfach dieses, dieses mittendrin in der Craft und in der Leidenschaft von Menschen, was du richtig mitempfindest und was auch audiovisuell sehr, sehr stark ausgedrückt wird. Der Film ist ein bisschen lang, für mich auch kein Seherlebnis, was ich unbedingt zusammen hintereinander sehen muss. Dafür ist er dann doch ein bisschen anstrengend hier und da. Aber insgesamt ist das wirklich eines der Highlights des Jahres, denke ich auf jeden Fall. Kam ja auch bei vielen anderen so an. Wenn ihr Challengers gesehen habt, dann schreibt mir gerne in die Comments, wie euch der Film gefallen hat. Würde mich sehr interessieren. Und ja, ich wünsche euch, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, viel Spaß. Ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen, euch das Ding auch im Kino zu geben. Dazu ist ja audiovisuell auf jeden Fall gut genug gemacht. Oder halt einfach mega gut gemacht. Ähm, Ade. Tschüss. 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 Vielen Dank.